Kosta! Kosta, was hörst du mich? Habe ich hier ein bisschen gesehen, mit der Frau von die Konkurstus! Abo! Höchstens! Tipps an mir? Logisch, wieso an mir dabei? So ist schon an mir dabei! Du hast die Hörger als erstes in die Hände! Sie sind mir echt noch jung gewesen! Letztes Jahr, wie ich es bin! Du kennst es doch! Ach, Mann! Aber ich geh einfach noch mehr! Ich muss anrufen, Sophie! Und du, Kosta! Mach es, Sauberberger! Zack, 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 zack! Sophie! Kannst du mir sagen, der ist denn meine Kamera heute zu meinem Hotel? Ich brauch die Quali! Aber du, du bist die Quali! Was erlauben Sie sich eigentlich die Tante Monika zu berichten? Die Tante Monika zu berichten! Ich habe mich mit einem alten Ohnt. Ja, möchtest du mir sagen, dass ich halt mit und ich halt nicht glaube! Nicht so lange mit dem Wasser sein! Nicht so lange mit dem Wasser sein! Nicht so lange mit diesem Saum! Warum muss ich mir in diese Hand alles sein los? Und weißt du was? Ich hab's jetzt nur du einen Champagner und ich mag eine Spezi. Ach, Mann, nö! Ich krieg so nen Hals vor! Was? Zwei Mal bei Schnick-Schnack-Schnupfen haben! Die hat mit anderen Leute reingekriegt, die haben alles gesagt, beim Schnick-Schnack-Schnupfen gibt's keinen Klammenwerfer. Das war's für dich! Das war's für dich! Ich bin nicht der Nase, dass ich dich weh. Ich bin nicht der Nase! Ich bin nicht der Nase! Ich bin nicht der Nase, dass du dich weh. Gutes Glückwunsch! Schnarrere Sascha! Uuuuuuuuuuuu! Und vergraben? Ausstopfen wollen sie? Mein jetzt, sorry. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.